Wir begrüßen heute ganz herzlich sieben Orchester, die unter dem Motto Forever Friends in Juventus für immer Freunde in Europa hier nach Minden gekommen sind. Marschmusik turnt ungeheuer an. Und weil es so ein toller Marsch ist, wird immer der Erz-Herzog-Albrecht-Marsch gespielt, wenn die durch die Schleuse fahren. Und deswegen heißt er auch unter Militärmusikern... Ja, ist sehr gut. Es ist ein bisschen sehr klein, es könnte mehr für das Publikum, es müsste ein bisschen mehr Platz sein. Aber sonst ist es sehr schön hier. Haben Sie sowas schon mal mitgemacht? Ja, sowas, das interessiert mich wahnsinnig. Also ich musste nicht hin, aber meine Frau hat schon den Vorschach gemacht, dass wir hierher gehen. Aber mir gefällt das auch, also ich finde das auch sehr gut. Das ist aber ein bisschen mehr Platz sein. Also erst fragen wir einfach mal, wie es Ihnen gefällt. Wunderbar, wunderbar. Besser kann es nicht sein. Und welche der Musiken hat Ihnen am besten gefangen? Die Franzosen. Ah, das ist interessant. Sehr schön. Tolle Uniform, ne? Ja, genau. Die waren auch zackig. Applaus 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 Applaus